Moin, Flatsen hier im Klanz-Transfer-Update. Newcastle United möchte gerne Kevin Danzo, den Österreicher von Lenz gerne verpflichten. Eine Ablöse steht von 35 bis 40 Millionen im Raum. Danzo hat noch einen Vertrag bis 2026. Newcastle möchte ihn unbedingt haben in der Abwehr und sind bereit 35 bis 40 Millionen zu bezahlen. Man wird sehen, ob der Transfer zustande kommt. Ciao, ciao.